Alice. Immer Alice. Ja. Und dann am liebsten auf Garrow oder Lockway. Aber ist geil mit einem erkannten Professor Brunner. Guck dir, was geht denn da ab? Das eskaliert ja richtig. Der Wind, ich müsste nicht wollen. Also wenn du... Was hast du auf die geworfen? Hä, ich hab nicht mal nen Kopf getroffen mit der... Das war nur der Schlager, ne? Auf den Kopf? Ja. 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 Okay, eins zu einer und dann noch mit einem Schlagling. Aber ich glaub Schlagling auf Kopf ist bei Hive und bei Grunt in One-Shot. Ist das voll krass? Ja, ich hätte die Hive auch einfach erschießen können, ne? Ich hab's vergessen. Ja. Ja, der ist aber ein bisschen schnell unterwegs. Ja, der ist aber ein bisschen schnell unterwegs, ne? Ah, ja. Ja, der ist gar nicht. Ja, der ist aber ein bisschen Kopf. Ja, der ist es violett. Das ist irgendwie komisch. Ja, okay. Das ist aber nicht ein Kopf. Ich kann nicht sagen, welche Worte sich da hinbekommen. Ich kann nicht sagen, welche Worte sich da hinbekommen. Aber jetzt kann ich nicht sagen, wenn wir zu wollen. Die Headshots macht kein Wunsch, oder? Man kann nicht wegnehmen. Ja, der hat dich ignoriert, ist voll auf wichtig. Ja, der hat mir letztes auf fast schon was er kommt, wo ich glaube, ich glaube ich. Ich weiß nicht. Ja, mit was hast du diesen Schlag? Einmal? Einmal. Ich habe einen Thermal mit dabei. Ich glaube, du kannst den Thermal unbedingt nur mit umschlagen. Ich gehe mal kurz hier oben mit dem anderen. Aha, das ist so geil. Und das hier? Ja, sie haben die Hunde hier ein bisschen verschoben. Damit die nicht die ganze Zeit rumschreien, wenn man den Gebäude haben würde. Ich gehe mal hin. Wurde auch Zeit, dass ich mich immer so auf den Abend gehöre. Und das Gebäude unten haben sie auch schon mal gemischt. Weil hier ist das Haus nicht so gut, aber das ist hier unten ein bisschen offen. Ja, eigentlich wollte ich mich noch mit dem Darrow warten. Da haben sie ja die Chippins noch. Ich gehe mal Alice. Was, Alice? Alice ist ja schon spannend. Ja, das ist halt fast ein bisschen verschwenden. Das ist doch echt ein bisschen leer. Das ist so geil. Was war das jetzt für die Bäude, hm? Ja, das ist ja so. Das macht ja auch voll den Sound jetzt. Ach komm, geh mal. Gib mal Richtung her. Ja, komm. Was ist mir? Vielen Dank. Ich hab die Schmetter nicht ganz gut zu helfen. Ja, ich hab halt die nicht wirklich. Alter, jetzt! Ich hab beide einmal geheadshotten. Ich sollte erstmal nur auf eine schicken. Ich glaube nicht, denn jetzt waren wieder beide getriggert, deswegen... Alter! Also manchmal hab ich das Gefühl, mein Helm geht flöten zwischendurch mal. Ich will mal kurz rausbringen. Ja, ich hab gerade noch geheadshotet mit dem Versteiger. Ich hab zwei Schläge in die Beine, dass er nicht mehr rennen kann. Und dann drei Schläge ins Gesicht. Wäre ja auch gut. Erstaunlich. Und ich hab erstaunlicherweise keine Muni mehr, weil ich alles verwandelt hab. Und da ist jemand auf Null. Ich muss mal den Deckel holen. Ich muss mal den Deckel holen. Ich bin da an der Gegend, wenn ich immer noch... Boah, hier ist ein Barrel. Ja... Diese Deckung ist keine Deckung, das ist nur ein Tor. Ja, ich steh jetzt auch dazu. Ich renne grad runter auf Lockbeer. Ich brauch nur eine. Wo sind die? Da liegen solche Enten hochgejagt worden. Ich bin so schnell wie möglich wieder zurückgegangen. Ja, wie gesagt, ich hab Enten gehört, als ob die in Richtung Wasser gelatscht werden. Okay, ich hab 37 Kugeln. Schon geil, eine 2,9 Millimeter. Denkste? Bei Enten könnte es sein, dass die da hochgelaufen sind, ja. Da steht er unten am Zaun. Auf 300. Schwarzer Tier 3er. Der hat auf mich geaimt. Ich hab zweimal in seine Richtung geschossen, aber nicht getroffen. Achtet an, ich geh mal weg. Wenn der schon auf Long Range aimt, hat er wahrscheinlich irgendwas. Jetzt von hier aus müsste er so auf 285 stehen, glaub ich. Aber es ist halt nicht wirklich ne Waffe, um den irgendwie... ...du auch nicht wirklich. Das Einzige, was wir können, ist hoffen, dass sie auf Close kommen. Und ich kann dann auch nichts machen. Jetzt kommen die mit da... Machen wir die Tür hier auf. Warteiß. Wunsch! Ich bin nicht ganz sicher, aber es kann auch eine Mutter gewesen sein, aber es war sicher. Ja, ich bin ziemlich vorgehalten. Ah, ich hasse dieses Fenster. Da unten ist er auf 2 Minuten, aber da ist er nicht mehr. Ja, der macht ja kein Damage mehr. Soll ich den Käfig schließen? Ja, ich habe den Käfig gerade geschossen. Er ist gar gestorben, ja? Was denn? Was? Ja, ich habe es gesehen. Hast du gerade geschossen? Ja, ich habe den Hund gefüßen müssen, der kann es. Ja, aber wie kann man den nochmal hinverreifen jetzt? Ach, was ist jetzt gescheit? Ja, ich habe es gesehen. Echt geil, wie die Raben da sind. Ja, ich habe es gesehen. Ja, ich habe es gesehen. Ja. Ja, ich habe es gesehen. Da läuft 100% irgendwo noch wer rum. Da stand der Wetterli wohl. Stimmt, da war ja was mit Hoffnung, ne? Jo, das war eigentlich Wetterlehne, ne? E3. 56 Meter. Kam aus... Blüden. Ähm, bis hin zu mir rein, sag ich, da wohl steht. Er ist da unten. Ja, ja, genau. Da wo er vorhin schon war, als ich ihn gesehen habe, hab er gesagt, da ist von der Pro-Inguai, ne? Da ist er. Ich muss warten, bis er close kommt, sonst brauche ich zu wenig Damage. Ich liege im Wasser. Da in der Nähe ist eine Maid da. Ah, ich hab's so erwartet, dass er denn da alleine noch wegkommt. Er nimmt doch 100 Buschen auf das Fenster, wenn er es gesehen hat. Da ist er. War ein Hattier, aber er hat mich auch gesehen. Ähm, Headshot gegeben. Na, er war jetzt offen. Aber er ist nicht gestorben. Kann auch nichts machen. Er hat einfach keinen Damage. Was sonst dauert mir aus dem Romero. Ich könnte höchstens versuchen, jetzt die Wetterli zu holen. Ja, aber die Wetterli holen. Ja, alles ist beim Buschler, mich fest. Ja, alles ist beim Buschler, mich fest. Ja, alles ist beim Buschler, mich fest. Ja, ich will nur kurz gucken, ob ich ihn sehe. Ja, das ist ein bisschen eine blöde Position hier, ehrlich gesagt. Nein, das ist ein bisschen die Wetter für den Pilgen. Ich kann ihn nicht mal aufbauen. Ich kann ihn nicht mal aufbauen. Lass mich laufen. Lass mich laufen, das lässt mich aber auch nicht. Posch mich. Er rennt. Ich hab ihn gehört. Irgendwo ist er gerannt. Keine Ahnung wo. Kann ich mich sagen. Er rennt. Jo! Jo! Wo ist er? Vor mir! War vielleicht ein Blöckchen? Ich hab mal auf dem Holz gelaufen, ich weiß nicht. Bleib mal stehen. Irgendwas pusht mich, aber ich muss weg. Ich hab mal eine Holzbeige. Oh Mann, das ist ja kleiner Pasta. Der steht oben an der Holz. Er pusht mich. Ich hab keine HP mehr. Muss er hin? Muss er hin? Der ist direkt bei mir. Oh, ich hab kein Medkid dabei, ich Idiot. Als Freehunter. Meine. Ich renne jetzt nur gleich weg, weil ich hau Pipo. Okay, tschüss. Ich bin weg. Ich hab einen getötet. Aber hier gibt ja noch einer. Das wusste ich gar nicht. Er ist vor mir beinahe. Oh, geil, dynamiert. Ja, ich muss das machen. 166 Wetterli. Kein Prestige. Hast du ihn? Ja. Ja, geil. Ich kann ja nichts machen, der hat mir eine Franken gegengerufen. Diese scheiß Silence, also mit jeder anderen Waffe wäre der nicht gut gewesen, ne? Das war ja mein Plan, er war direkt auf der anderen Seite. Ja, aber ich hab nicht gecheckt, dass der den gewaltt hat, ehrlich gesagt. Ja. Ne, hier hinter den Zahn. Ja. Wo ist seine Waffe? Ne Wetterli Deadeye. Ne Wetterli Deadeye. Ja, okay. Immer noch besser als die scheiß Liefen. Ja, du kannst hier die andere Wetterli um, wenn du willst. Ja. Aber ich tausche, glaub ich, die Wetterli aus. Ich will nicht die Deadeye spielen in der Nacht. Ja, die ist sogar noch voll. Warte, ich bin gerade, wo ist die Pisten? Oh, eine Silence. Ja, die haben mich gesucht bei mir. Dann kam er hier raus, hab ihn direkt weggeschottet. Und dann ist der andere hier hinterher. Und dann ist der andere hier hinterher. Ach, du hast die Frack geworfen. Wie? Du hast nicht Frack geworfen. Hoffentlich. Ja, bleib dich doch. Ach so, ich dachte, er wirft einen auf mich und dann bin ich ins offene Feld gegangen, und dann bin ich weggegangen und dann hat er mich verschossen. Ah. Ja, toll. Ja, toll. Ja, aber ich wusste nicht, war das feige Leben. Wieso? Das war das Geilste. Wie sagt man? Oh, ich will gar nicht mehr die Seine an. Oh, hier liegen auch noch zwei Tote. Oh, hier liegen noch eine Chainpisten. Wie drei. Huch. Dann haben wir jetzt ja schon drei Tote teams. Also das hier sieht für mich so aus, als hätten wir das Gegenteil ja schon. Naja, aber ich weiß nicht, was so toll ist dabei. Nein, nur Crap. Da war sogar meine Silence noch besser. Aber wer macht... wo liegt die vierte Leiche? Also hier sind drei, das sind dann fünf insgesamt. Ja. Aber wo ist der Mensch in dem einen? Das war alleine. Aber die Anzeigen zu einer sahen zu mir, dass sehr viele Leute die vier unter benutzen. Aber das war irgendwie ja abzusehen. Aber hier liegt eine Machete. Und jetzt lebt wahrscheinlich nur noch ein Team. Und jetzt lebt wahrscheinlich nur noch ein Team. Ich weiß nicht, was ich jetzt mal machen kann. Ähm. Ja. 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 Schnell. Ich hab' kein Scrum. Geht? Ok, definitiv nur noch ein Klima im Leben. Wenn überhaupt. Ja, aber das ist ja auch so. Das ist ja auch so. Oh, das ist ja auch so. Oh, der kann man doch unten. Ja, danke. Ja, ne. Die haben ja alle nur Müll dabei. Alle sind geschlüsselt. Ja, sag mal. Aber wer hat die zwei hier oben gekriegt? Was? Alle sind geschlüsselt. Alle sind geschlüsselt. Ich hab's auch nicht gebraucht. Ich hab's auch nicht gebraucht. Nee, ich hab nur gehört schon. Der ist halt nicht gestorben. Segen. Ich hab's nicht Persian. Ja, ich habe mich nicht heimbar geschlagen, das hätte wahrscheinlich ein Schlag gefällt. Ja, nach dem Schuss auch egal eigentlich. Doch! Das war so klar, das ist das letzte Team. Oder wir gehen nach Feeding und verpissen uns. Wir waren am Morgen halt. Wir sind jetzt auch ein bisschen beschränkt, denn wir wissen, das ist das letzte Team. Ja, komm, geh mal runter. Ja, kannst du mal runter. Was runter? Wie runter? Müssen wir nicht auf die drauf? Ja, sag nur, wir sind auf die. Ja, ne, ich sag nur, man könnte. Aber, also... Du hast keinen Fall. Ja, 125. Und ich glaube, die haben uns gar nicht bemerkt, weil sonst würden wir jetzt nicht einfach anfangen in den Bus zu treten. Oder aus den Krämen, pass auf. Nach was für einer Waffe hat sich das gerade angehört. Ich habe mich nicht drauf geachtet. Ja, komm. Ja, ne. Hä? Ist das eine Winfield oder was? Ja, wenn der Wetter die kann nicht sein. Das muss eine Winfield sein. Ja, okay. Ja, die Spider-Wurfen da noch nicht. Das ist eine Winfield. Oh, da hast du noch nicht richtig gehört. und 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 die Aber ich weiß nicht, ob es drin ist. Jetzt ist er, jetzt gab es mehr gesprungen. Jetzt los. So, da war es noch zu feiern. Jetzt müssen wir da hochziehen. Er wurde da von dem Boden gehofft, dann ist er rausgesprungen, weil er sich hinlädt. Wo ist er? Haben wir denn für einen Game of War? Ich schieße noch. Wo ist der? Die Frage ist, ob es jetzt die zweite Leiche oder lebt der Typ noch? Wo ist der Generator? Der war gerade ein Typ hier. Der hat ja überhaupt kein Damage gemacht. Die spinnen jetzt an. Boah, hier liegt eine Konstantiner-Bombe. Du hast Schnauze. 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 Die Tür war öffnet, das heißt, der ist von hier oben heruntergesprungen, da steht da kein Fallschaden, oder? Hier findet man doch kein Fallschaden, doch. Ich meine, da draußen kann er nicht mehr von der Spinde getroffen werden, ich weiß echt nicht, wie das geht. Oder war die Tür offen? Ne, die war vorbeikariert, oder? Ich weiß nicht, ob du bist da drin. Ne, ich bin da nicht rein. Ich bin da nicht rein. Hast du die von innen geöffnet? Dann ist das gleich innen. Ich glaube, der Typ ist innen hier runtergetrocknet, da oben, hier, und dann ist er hier raus gerammt, wahrscheinlich wird man das Spinde angeschlagen, oder vergiftet, und ist dann beim Hausrennen noch gesprungen. Ja, höchstens der Mate von dem, die hier aufrawaa. Oh, da war es vorbiegen. Okay, okay, okay. Ja, da, ich habe die Lärme. Ist die Leiche oder brennt sie nicht? Das ist die Frage. Ne, guck, die Leiche hat nicht gebrannt. Ach, da bin ich für den Tag schon. Guck, ich habe die Lärme einfach hier. Und da oben ist einer. Ach, wo? Da. Ja, da, oder? Ja. Ich habe die Lärme nicht gebrannt. Fisch, ich kenn mal. Aber jetzt können wir mal gucken, ob ein Mech da ist, ne? Nee, ich glaub, der Typ hier agiert alleine. Oder der Typ oder der Typ, oder der ist halt meins schon irgendwo ein ganzes Mann. Wir brauchen noch einen. Ich will mal gucken. Ich will mal gucken. Auf Rien hab ich bestimmt eins. Was? Ein Grammophon ist immer gut mit der Musik. Nein. Er hat wieder Brecken, die Aktion. Da kann ich es. Was? Entschuldigung Da kommt ja nur noch 24 Minuten, gehen wir mal runter. Da können wir ja auch noch ein paar Sachen umlegen. Ja, ich eigentlich auch. Ich wollte eigentlich heute eine gute Runde machen. Mach kurz gut. Boah, nein. Alles Wunde. Oh, das ist weiter los. Und dann, du hast sie. Oh, ich muss hier. Oh, 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 oh. Ich bin auf dem Spock, ich bin auf dem Spock. Was machst du denn da hier? Ja. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich 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 Ich packen jetzt wieder 12 oder 15 12 13 14 14 15 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 16 16 16 16 16 17 16 17 20 20 23 23 25 Ja, hier ist die Mühne Kiste. Ja, hier ist noch mal eine. Ja, ich weiß. Ja, hier ist noch mal ein. 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 Ja, hier ist noch ein. Ja, hier ist noch mal ein. Ja, hier ist noch mal ein. Das ist ein Wettbewerb. Ja, hier oben ist eine Muni-Kiste und ein Metzke und noch ein kleines Kumpad da rein. Hier ist auch noch ein Kumpad. Hier. Hier. Ah, hier. Ja, massiv oder so. Hier. Ich finde, die Pläne auf die Zolle sitzen. Da die Pläne auf die Zolle sitzen, sitzen sie nicht mehr so oft mitten auf der Straße. Und da kannst du wenigstens auf einer Seite von der Straße durchsiehen, ohne dass die ganze Zeit irgendwo im Weg ist. Das war ein massives Upgrade, man. Perfekt, nach langer Zeit endlich mal wieder mal verbrauchst du echt eine Pause und dann geht's wieder. Ja, ich hab nur kurz reingekommen, ich hab zwei Tage mal reingekommen. Sonst hab er wieder angefangen, kann das vielleicht zu spielen ein bisschen? Ein paar neue Maps reinkommen, jetzt irgendwie in einem... Hab das reingesockt. So 10 Stunden. Jetzt hab ich traurigerweise tausend Stunden erreichten kann, das 3... Ich mein, dass die Bibliotheken sind schon... Trauerlich echt. Du hast ja zwei Kills, oder? Mhm, du schon, ja. Jetzt sind wir sie wieder abgestoppen. Du hast mich ja gerettet eigentlich. Was war er noch? Ja, ja... Das war ein... Wie Bob-Panda, ne? Ja, direkt mit Tayan! Dankeschön! 4 4 Langs 2 3 Untertitelung des ZDF, 2020